Ich weiß nicht, ob ich mich noch vorstellen muss. Aus meiner Zeit als Model werden mich die meisten Hörerinnen und Hörer hier ja noch kennen. Ich sage nur, leckere Leberhäppchen in Gelee. Sie erinnern sich, ein Premium-Produkt, das aus unerfindlichen Gründen dann zum Discounter-Artikel der Hausmarke Ja heruntergewirtschaftet wurde. Haben Sie Katzen? Nun, dann kennen Sie mich. Ich bin die prachtvolle Schönheit auf dem Titelblatt der besagten leckeren Leberhäppchen in Gelee eines namhaften Katzenweichfutterherstellers. Tante Erna mein Name. Leider. Meine Katzenmama hat diesen Namen verbrochen. Nur zu gut, dass sie nicht den leistesten Schimmer davon hat, welche Namen ich für sie habe. Ich kenne meine Katzenmama von klein auf, aber trotz der Jahre, die ich schon mit ihr in ihrer Altbauhöhle zusammenlebe, habe ich es immer noch nicht geschafft, ihr wirklich zu zeigen, was ich eigentlich für sie empfinde. Ich möchte es einmal so ausdrücken. Sympathie. Ja, das ist es durchaus. Sympathie. Aber eben auch bislang leider nicht mehr. Ja. Wir sind im Laufe der Zeit sehr zusammengewachsen. Durchaus. Haben einander respektieren und schätzen gelernt. Aber nun ja, in vielem, was das tägliche Miteinander von Säugetier und Katze ausmacht, ist meine Katzenmama leider hoffnungslos überfordert. Sie bemüht sich, gewiss. Aber das Bemühen alleine reicht ja oft nicht. Am Anfang habe ich deshalb des Öfteren den Katzenschutz rufen müssen. Einmal natürlich wegen meiner konkreten Bedrängnis und meiner Bedürfnisse. Dann aber auch, um es ihr einfach leichter zu machen, das Erforderliche mich betreffend zu lernen. In letzter Zeit habe ich den Balkon als Notrufzentrale entdeckt. Wenn es wieder Grund zu Beanstandungen gibt, und den gibt es leider noch allzu oft, dann skizziere ich diesen in groben Umrissen deutlich hörbar und wohl artikuliert auf dem zum Innenhof hingehenden Balkon, mit ein paar kläglichen Maunzern. Die aufmerksamen Nachbarn hören mich meist sofort und nur wenig Zeit vergeht, bis einer von ihnen an der Wohnungstür meiner Katzenmama klingelt und ihr sagt, dass da eine Katze auf dem Balkon weint. Dass eine Katze weint, das triggert meine Katzenmama sofort. Natürlich weiß sie, dass ich es bin, die da weint. Und sie, das muss ich ihr zugutehalten, reagiert dann sofort und kümmert sich dann sehr, sehr aufmerksam um mich. Ein großes Thema zwischen uns ist natürlich das Schmusen. Meine Katzenmama ist sehr verschmust, sehr zutraulich und sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie am liebsten den ganzen Tag und die ganze Nacht nur mit mir schmusen will. Ich habe keine Ahnung, was genau sie damit verdrängt und wofür ich da den Ersatz darstellen soll, aber natürlich durchschaue ich das alles. Es ist ja nicht so, dass ich mit meiner Katzenmama nicht schmusen möchte, aber ich denke dann immer in Maßen, in Maßen, bitte schön. Natürlich muss ich auch ein wenig zugeben, am liebsten habe ich es, wenn sie auf mein offensives Erstanschmusen hin so richtig schmusig wird, weil sie denkt, dass ich es jetzt absolut brauche und ich dann so tue, als ob mir das jetzt zu viel sei und sie damit dann erst so richtig in einen Schmuse-Tsunami sozusagen hinein zurückweise. Es ist so schön zu sehen, wie sie dann alles für mich tut, alles gibt und meine kleinen Schmuse-Koketerien sie nur noch mehr anstacheln. Aber natürlich ist es so, dass auch ich am liebsten immer mit ihr schmusen möchte, aber ich habe einfach Angst, dass wenn ich ihr das offen zeigen würde, es dann weniger schön und weniger intensiv würde. Meine Erwartungen waren anfangs sehr viel größer. Ich habe Abstriche machen müssen, eigentlich bei allem. Das Essen, ach, lassen Sie mich hier vielleicht nicht darüber reden. Das intellektuelle Niveau, na gut, wie gesagt, sie bemüht sich. Das ist schön. Meine Katzenmama ist oft auf Reisen, das macht für uns vieles leichter. Ach so, das hatte ich noch nicht erwähnt. Außer mir gibt es noch zwei weitere, nun ja, sagen wir mal, Katzen im Haushalt meiner Katzenmama. Aber über die werde ich Ihnen vielleicht erst später etwas erzählen. Wenn meine Katzenmama verreist, baut sie für uns immer eine lächerliche Krabbellandschaft aus völlig idiotischen Röhren auf dem Fußboden auf, die uns intellektuell und körperlich fordern soll während ihrer Abwesenheit. Und merken Sie selber, nicht wahr? Ja, und sehen Sie, Sie merken es. Aber wie bringe ich das meiner Katzenmama bei? Naja, wenn sie weg ist, machen wir ohnehin immer unsere eigenen Sachen. Das ist immer sehr lustig und weit, weit ab aller Vorstellungen, die Sie sich da vielleicht machen. Da bewahrheitet sich wieder einmal, was ich immer sage, für eine gute Beziehung ist es wichtig, ja geradezu unabdingbar, dass es auch mal einen gewissen Abstand gibt und dass man sich auch einmal aus dem Weg gehen kann. Im Arbeitszimmer meiner Katzenmama hängt ein großer Wandkalender, auf dem sie einträgt, an welchen Tagen sie unterwegs ist. Ich kann Ihnen nur so viel verraten. Als ich da neulich draufschaute, dachte ich mit einem breiten, unsichtbaren Katzengrinsen, das neue Jahr, das sieht ja unverschämt gut aus.